Können Zauberer eigentlich ihre magischen Kräfte verlieren? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über Magie und darüber, ob diese mächtige Naturgewalt jemals denen entrissen werden kann, die sie einsetzen. In der Welt von Harry Potter, wo die Magie allgegenwärtig und allmächtig erscheint, kann ich nicht umhin, mich zu fragen, ob diese außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Hexen und Zauberer besitzen, jemals verloren gehen könnten. Normalerweise zeigen Hexen und Zauberer, die dazu bestimmt sind, Magie auszuüben, bereits in ihrer Kindheit Anzeichen für ihre magischen Fähigkeiten. Innerhalb dieses Zeitrahmens gibt es jedoch eine beträchtliche Vielfalt. Zum Beispiel zeigte Professor McGonagall schon in jungen Jahren deutliche Anzeichen von Magie. In ihren frühesten Momenten offenbarte sie bemerkenswerte Fähigkeiten. Sie spielte auf dem Dudelsack ihres Vaters, beschwor Spielzeug in ihr Kinderbett und hatte sogar die Kontrolle über die Hauskatze. In ähnlicher Weise zeigte Ariana Dumbledore ihre magischen Fähigkeiten bereits in ihrer frühen Kindheit. Im Gegensatz dazu benötigte jemand wie Neville Longbottom mehr Zeit, um seine magischen Fähigkeiten zu entfalten. Auch wenn er bereits in seinen jungen Jahren Magie zeigte, indem er seine Decke zur zusätzlichen Sicherheit manipulierte, blieb diese subtile Handlung unbemerkt. Neville zeigte für eine Weile keine weiteren magischen Fähigkeiten, bis eine dringende Situation ihn dazu zwang. Dies geschah, als er aus einer ziemlichen Höhe fallen gelassen wurde und glücklicherweise nicht so hart aufkam, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre, was ihn vor einem potenziell schrecklichen Sturz bewahrte. Im Großen und Ganzen ist man sich jedoch einig, dass die Magie mindestens bis zu dem Zeitpunkt entwickelt ist, wenn die Hexe oder der Zauberer elf Jahre alt ist, auch bekannt als das Hogwarts-Alter. Aber ich frage mich, kann die Magie genauso schnell wieder verloren gehen, wie man sie erhält? Kann jemand, der an seine magischen Fähigkeiten gewöhnt ist, dann zu einem Squib werden? Heute werden wir über den Verlust der Magie bei Hexen und Zauberern in Harry Potter sprechen. Wir werden auch Beispiele für den Verlust von Magie in anderen fiktionalen Werken ansprechen. Durch Vergleiche mit diesen fiktionalen Universen hoffen wir klären zu können, ob es in J.K. Rowlings eigener Schöpfung ähnliche Vorkommnisse gibt, wie den Verlust der magischen Fähigkeiten. Aber bevor du dich zu sehr damit beschäftigst, ob man die Magie abschaffen kann, halte ich es zunächst für wichtig, einen Blick darauf zu werfen, was Magie eigentlich ist und woher sie kommt. Im Wesentlichen ist Magie ein fester Bestandteil der Struktur des Universums und existiert als eine Art Energie, die von denen genutzt und manipuliert werden kann, die dazu in der Lage sind, also diejenigen, die die entsprechenden genetischen Ausstattungen besitzen. Diese Theorie wird durch die Tatsache unterstützt, dass Magie in verschiedenen Formen in der natürlichen Welt vorkommt, zum Beispiel in den Pflanzen und den Tieren, die in der Zaubererwelt leben. Außerdem scheint es, dass Magie irgendwie mit der menschlichen Psyche verbunden ist. Sie stellt sich als eine Manifestation der Macht des Geistes dar. Diese Theorie wird dadurch unterstützt, dass viele magische Zaubersprüche und Beschwörungsformeln in der Saga den Einsatz von Absicht, Visualisierung und die Kraft des Glaubens erfordern. Hexen und Zauberer und andere Wesen, die magische Fähigkeiten besitzen, tragen ein Gen in sich, das es ihnen ermöglicht, die natürlichen Kräfte der Magie zu nutzen. Dies wird von J.K. Rowling bestätigt. Die Fähigkeit des Menschen, Magie zu nutzen, ist eine Eigenschaft, die von den Vorfahren weitergegeben wird und es Hexen und Zauberern ermöglicht, sie auszuüben. Magie ist keine mystische oder unnatürliche Tätigkeit, die sich über die Gesetze der Natur hinwegsetzt. Sie erlaubt denjenigen, die sie beherrschen, sie auf eine sehr spezifische und kreative Weise zu nutzen. Wege, die die Muggelwissenschaften nicht nachahmen können. Im Wesentlichen sind Hexen und Zauberer fortgeschrittene oder mutierte menschliche Wesen, die entweder die Fähigkeit zur Nutzung der Magie durch ihre Vorfahren geerbt haben oder in selteneren Fällen diese Fähigkeit durch eine genetische Mutation unabhängig entwickelt haben. Sie verfügen über fortschrittliche Psychologie, eine erhöhte Wahrnehmung und wenn sie ausreichend trainiert sind über die Fähigkeit, die Elemente der Welt bis zu einem gewissen Grad zu kontrollieren. Es scheint auch, dass Hexen und Zauberer nicht nur das magische Gen besitzen, sondern auch einige andere bemerkenswerte physiologische Vorteile haben, die sie als fortgeschrittene Menschen klassifizieren könnten. Zu diesen Merkmalen gehören eine längere Lebensspanne, wenn auch nicht in einem signifikanten Ausmaß, sowie eine Resistenz gegen die meisten gängigen Krankheiten. Im Grunde genommen sind Hexen und Zauberer einfach verbesserte Menschen. Das bedeutet, dass ihre Existenz vor der Entdeckung der Magie die gleiche war wie vor ursprünglich der Menschheit vor über 6 Millionen Jahren. Im Laufe der Jahrmillionen haben sich die Menschen entwickelt und weiterentwickelt. Und so sollte es niemanden überraschen, dass sie irgendwann begannen, übernatürliche Fähigkeiten zu zeigen, wie die Fähigkeit, Magie auszuüben. Jedenfalls im Harry Potter Universum. Kommen wir nun zum Verlust der Magie. In vielen anderen Filmen, Serien und Büchern gibt es immer zumindest eine kleine Erwähnung des Austrocknens der Macht eines Zauberers. Ein Beispiel dafür. In der Serie Das Rad der Zeit können Magieanwender, die als Kanalisierer bekannt sind, von der einen Macht getrennt werden, wodurch sie dauerhaft von ihrer Fähigkeit zu kanalisieren abgeschnitten werden. In der Narnia-Reihe können Personen, die magische Fähigkeiten besitzen, diese verlieren, wenn sie von Aslan, dem großen Löwen, der über Narnia-Wacht getrennt werden. In der Trilogie Die Zauberer können Menschen ihre magischen Fähigkeiten verlieren, beispielsweise durch ein emotionales Trauma oder absichtliche magische Eingriffe. Daher kann ich mir kaum vorstellen, dass das Harry Potter Universum eine Ausnahme von dieser Regel darstellt. Interessanterweise gibt es ein Zitat von Dumbledore im Halbblutprinzen, das genau auf dieses Thema anspielt. Natürlich ist es auch möglich, dass ihre unerwiderte Liebe und die damit einhergehende Verzweiflung sie ihrer Kräfte beraubt haben. Das kann passieren. Und aus diesem einen winzigen Zitat können wir, glaube ich, vernünftigerweise ableiten, dass es möglich ist, dass jemand seine magischen Kräfte verliert. Dieses Zitat, das sich auf Meryl P. Gaunt bezieht, impliziert, dass starke negative Emotionen wie Herzschmerz und Verzweiflung das Potenzial haben, die Verbindung einer Hexe oder eines Zauberers zu ihrer Magie und Kontrolle über ihre Magie zu beeinträchtigen. Dies unterstreicht auch die komplizierte Beziehung zwischen Emotionen und Magie im Harry Potter-Universum und deutet auch darauf hin, dass emotionales Wohlbefinden und Stabilität das magische Potenzial und die Fähigkeiten einer Person beeinflussen können. Dies ist sehr ähnlich zu Lev Grossmans Die Zauberer, wo magische Fähigkeiten als Reaktion auf ein emotionales Trauma verloren gehen können. Wichtig dabei ist jedoch zu betonen, dass die Magie nicht entzogen wird, sondern vielmehr nicht im Körper existiert. Es ist keine Ressource im Körper, sondern eine allgegenwärtige, alles durchdringende Kraft, die überall um uns herum existiert. Die gleiche Magie, die Hexen und Zauberer umgibt, umgibt auch die Muggel. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Zauberer einen Weg gefunden haben, sich dies zunutze zu machen. Da wir nun festgestellt haben, dass es möglich ist, dass Hexen oder ein Zauberer ihre magischen Fähigkeiten verlieren kann, möchte ich ein wenig tiefer graben. Leider gibt es außer Dumbledores Zitat in den Büchern keinen Hinweis darauf, wie man seine Kräfte verliert. Es scheint jedoch ein paar andere Fälle zu geben, die einem in den Sinn kommen, wenn man darüber nachdenkt, wie man seine magischen Kräfte verlieren kann. Magische Krankheiten Genau wie Krankheiten in der Muggelwelt unser Wesen aushöhlen und uns als bloße Hüllen unseres früheren Selbst zurücklassen können, ist es denkbar, dass es auch in der magischen Welt von Harry Potter Krankheiten gibt, die das Potenzial haben, Hexen und Zauberer ihres Wesens zu berauben und natürlich ihrer Magie selbst. Eine solche Krankheit, die mir in den Sinn kommt, ist der Maledictus-Fluch. Dieser Fluch wird über Generationen von Familienmitgliedern weitergegeben und von der Mutter auf die Tochter übertragen. Ein Maledictus ist jemand, der unter einem Blutsfluch leidet, einem Fluch, der bewirkt, dass sich die betroffene Person im Laufe ihres Lebens allmählich in ein Tier verwandelt. Das spezifische Tier kann je nach dem Fluch variieren. In Harry Potter ist der bekannteste Maledictus Nagini, deren Blutsfluch bedeutete, dass sie dazu bestimmt war, sich in eine Schlange zu verwandeln und jeden Tag mehr ihre menschliche Form zu verlieren. In ihrem früheren Leben hatte der Maledictus die Fähigkeit, sich nach Belieben zu verwandeln. Doch im Laufe der Zeit geht diese Fähigkeit verloren. Schließlich bleibt die Person in der Tierform stecken, die für sie vorbestimmt ist. Wie Fans von fantastischen Tierwesen wissen, war Nagini einst eine Frau, die nach Belieben alle Arten von Magie ausüben konnte. Doch von dem Moment an, als sie in ihrem Schlangengefäß gefangen war, verlor sie vollständig die Fähigkeit, sich die Magie auf diese Weise zunutze zu machen. Obwohl sie immer noch ein magisches Individuum war, besaß Nagini nicht mehr die Fähigkeit, die natürlichen Kräfte um sie herum zu nutzen. Ich bin überzeugt, dass es neben dem Maledictusfluch wahrscheinlich auch andere magische Krankheiten und Zustände gibt, die zu einem allmählichen oder plötzlichen Verlust der magischen Fähigkeiten führen können. Wenn dir Beispiele dazu einfallen, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Als nächstes haben wir die magische Aussaugung. Ich gebe zu, das hört sich ein bisschen komisch an, ist es aber gar nicht. Es ist eher ein bisschen creepy. Dementoren sind nämlich bösartige, geisterhafte Wesen, die sich vom menschlichen Glück ernähren. Sie stürzen ihre Opfer in einen Zustand der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Wenn ein Dementor in der Nähe ist, verbreitet er ein überwältigendes Gefühl von Kälte und Dunkelheit und saugt so die positiven Emotionen derjenigen, die sich in seiner Nähe befinden, aus. Und falls man Pech hat, kann man dem Kuss des Dementors zum Opfer fallen. Einem verheerenden Angriff, der die Seele einer Person aus ihrem Körper entfernt und sie als leere Hülle zurücklässt. Lebendig, aber ohne ihre innere Essenz. Die Personen, die den Kuss des Dementors erleben, werden oft so beschrieben, als befänden sie sich in einem Zustand der unwiederbringlichen Abwesenheit. Sie werden praktisch in einem vegetativen Zustand versetzt, ohne jegliche Willenskraft oder persönliche Identität. Zudem, wie du vielleicht schon vermutet hast, verlieren diejenigen, die dem Kuss ausgesetzt sind, auch ihre magischen Fähigkeiten. Kommen wir nun mal zur Zauberstabkunde. Der Zauberstabkunde zufolge ist die Verbindung einer Hexe oder eines Zauberers mit seinem Zauberstab entscheidend, um die Magie effektiv zu nutzen und zu kanalisieren. Wenn ein Zauberstab zerbrochen ist oder die Verbindung zwischen dem magischen Kern und dem Zauberstab einer Hexe oder eines Zauberers gestört ist, kann dies zu einer erheblichen Beeinträchtigung ihrer magischen Fähigkeiten führen. Das bedeutet zwar nicht notwendigerweise einen vollständigen Verlust der Magie, aber es zeigt, dass äußere Faktoren die Fähigkeit einer Person, ihre Magie zu nutzen, beeinflussen können. Dies unterstreicht, wie empfindlich die Beziehung einer Hexe oder eines Zauberers zur Magie sein kann. Bevor wir dieses Video aber abschließen, gibt es noch einen weiteren Aspekt der Magie, der erörtert werden sollte. Es ist weithin bekannt, dass die Magie in der Harry Potter Reihe auf Wissenschaft basiert, eine natürliche Kraft, die durch das Studium der magischen Theorie und die Praxis erforscht und verstanden werden kann. Dies wird zunächst dadurch bestätigt, dass der Einsatz von Magie in der Saga oft wissenschaftliche Prinzipien wie die Erhaltung der Energie berücksichtigt. Es gibt jedoch eine Gruppe von Menschen, die glauben, dass die Magie in der Saga ein Produkt von Religion ist. Eine mysteriöse und unerklärliche Kraft, die sich dem Verständnis der Sterblichen entzieht. Tatsächlich ist dieser religiöse Zusammenhang einer der Hauptgründe dafür, dass die Harry Potter Bücher zeitweise zu einem der am meisten verbotenen Bücher wurden, die jemals in den Regalen standen. Unter der Annahme, dass die Magie in den Büchern religiöser Natur sei, lehnten viele christliche Gruppen sie entschieden ab, da Hexerei in der Bibel direkt kritisiert wird. Aber um das einmal klarzustellen, Magie in der Welt von Harry Potter basiert auf Wissenschaft, eine Tatsache, die von J.K. Rowling selbst bestätigt wurde. Ich erwähne das nur, weil der Ursprung der Magie die Perspektive beeinflusst, wie diese Magie verloren gehen kann. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein wenig mehr Klarheit verschafft und hat dir gefallen. Falls ja, lass doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Falls ich irgendetwas vergessen haben sollte, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.